Bitte sagt mir, da ist irgendetwas drin, was ich auch gebrauchen kann. Man könnte sagen, das kann ich gebrauchen. Ganz im Ernst, was soll ich da machen? Er hat möglicherweise das Gebäude gewechselt. Over. Okay, komm. Dann versuchen wir das mal komplett ohne jemanden zu töten. Aber erst, wenn der sich da hinten hinstellt. Das Neue von der Einheit am Boden. Sie durchsuchen noch immer die Bibliothek. Wenn du mich fragst, ist das alles komplett sinnlos. Alles klar ist, dass wir diesem Schatten auf dem Modell. Und wer gerade eingetätigt hat. Tja. Eigentlich müsste ich, um den Geschäden zu beweisen, jetzt ruhig stellen. Bevorzugsweise. Ja, nee. Wie lange soll ich mir lieber hier ein Dach untersuchen? Mann, die doch in Wirklichkeit bestimmt auch nicht. Guck mal da hinten. Was ist denn? Hallo, General! Ja, ich hab den Kumpel mitgerollt! Geht mir mal ab! Shangri-La. Fuck Cops. Oh Scheiße, Mann! Ich bin mir sicher, dass ihr seid, um mit uns zu chillen. Hey Freunde, ich will mit euch chillen. Es geht ab! Na sowas! Wenn das mal keine erweiterten Pupillen sind! Die Jungs steckt bis zum Hals in der Scheiße! Das ist euch doch klar, oder? Oder? Weißt du... Halt! Warte mal! Damit komm ich doch bestimmt nach da hinten, oder? Ja, locker. Easy. Muss ich hier raus? Nein. Hey! Bleiben Sie gefällig stehen! Okay, Klutscher! Hey! Was ist da los? Hey Jungs! Pack mal her! Ich weiß, dass die hier sind! Ich war das nicht, ich f-f-f-f... Ne, scheiße, die wissen immer noch, dass das meine Teilung ist. Komm schon. Hey, hat irgendjemand eine Kombination für diesen Save gesehen? Was kann ich hier machen? Listen oder Aufzeichnungen? Ne, ne, darum werde ich mich jetzt nicht kümmern. 3107, schon mal damit probiert? Ah ne, love. Sieht aus wie 3107, muss man sagen. Könnte aber... Ne, ich kann das nicht manuell angeben, oder? Nein, scheine ich nicht zu können. Da gehe ich lieber nicht raus. Was? Komm, geh weg. Ich weiß, dass du's willst. Geh oder stirb. Aber die hören so einen Schuss. Jetzt habe ich nichts zu werfen. Oder? Ich habe das Radio. Ich kann damit nur Leute erschlagen, ganz im Ernst. Ne. Ne. Ich kann das aber nicht so noch nicht weit werfen. Aber ich kann's hinter ihn werfen. Wenn ich Glück habe. Obwohl, ne. Ich gehe in den Raum hinter ihn, werfe das dann da irgendwie hin und dann wird er da schon irgendwie hingehen. Das fucke ich aus. Es geht los. Hier spricht die Polizei. Es liegt da jemand? Sir. Entschuldigen Sie, Sir. Ok. So, bitte. Nein, da geht er ja drauf. Ich will ja nicht, dass hier irgendjemand drauf geht. Ich hoffe nur, dass der den nicht findet. Aber ich glaube da habe ich falsch, dass ich mich schon finde. Ich weiß das nicht so genau, aber wenn Sie beruflich hier sind, brauchen Sie einen Durchsuchung zu gehen, okay? Hey, hören Sie, Cheech, das ist keine Razzia. Der Kerl, den wir suchen, ist extrem gefährlich. Das sind wir alle, Mann. Wir haben alle nichts drunter. In unseren animalischen Herzen fließt dasselbe Blut. Wenn wir den Kerl nicht kriegen, wird das Animal... Komm schon. Ein Beweis. Weiße nehme ich gern mit. Ach. Was ist das? Hast du dir einen Rittig? Oh Leute, es ist so schwierig, tut mir leid, okay, also, wo zur Hölle bin ich? Okay, wir starten anscheinend von Null. Ja? Oh! Komm schon. Okay, ich glaube, ich habe nicht genug Instinkt, um mich an denen dann noch vorbeizuschleichen. Aber ich habe diese Waffenpfeife. Das ist natürlich ein Tropf. Das ist echt witzig. Vor ein paar Wochen. Nein! Das wollte ich gar nicht. Ich wollte doch nur so cool meinen Kopf runternehmen. Warte einen Moment. Das ist echt witzig. Vor ein paar Wochen hatte ich auf diesem Stockwerk eine Fall von Ruhestörung. Ich weiß ja nicht, was du nun vorhast. Aber mach nichts Falsches. Schön. Schön, 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 schön. Wasserpfeifen kann ich nicht wieder nehmen. So wie es aussieht. Mist. Aber ich brauche auf jeden Fall was, um die Leute da wegzulocken. Ah, ein Hammer. Jetzt kann ich noch hier bestimmt irgendwo einen Beweis sammeln. Hey, hat irgendjemand eine Kombination für diesen Safe gesehen? Ah. Hiermit kann ich den Safe öffnen. Sauber. Bitte sag mir, da ist irgendwas drin, was ich auch gebrauchen kann. Oh. Man könnte sagen, das kann ich gebrauchen. Ich weiß jetzt nicht, wie genau ich das einsetzen kann. Hallo. Ist da jemand? Du merkst aber das zu viel nicht, oder? Gut. Du gehst sogar noch weg. Braaf. Ja, ich weiß nicht. Ich will die immer gar nicht umbringen. Ich verstehe immer noch nicht, wann genau ich die ruhig stellen kann und wann nur töten. Okay, jetzt muss ich die aber nicht noch sinnlos alle umbringen. Es sei denn, sie hätten jetzt noch gemeint, sie müssten unbedingt auf die Eier gehen, sonst hätte ich da hinten was in die Luft gejagt. Dann wären die mir wohl auch nicht mehr auf die Eier gegangen. Okay. Okay. Kommt noch was? Hallo? Da. Da. Okay. Hey! Ich rede mit Ihnen! Leute, ich glaube, ich mache auch nochmal Schluss für die nächste Aufnahmesession. Leider nicht so viel geschafft in dieser Aufnahmesession, aber zumindest mehr als letztes Mal und ein bisschen professioneller auf jeden Fall. Naja. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge bzw. Aufnahmesession und ich sage Tschüss bis denne. Euer Thürmann. Wie sehen Sie nun? Ich würde sie am Kommentar- necesita. Okay. Woht